Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid, denn ich freue mich so sehr auf unser Video mit dem Titel Was ist ein Lichtkörper und was bedeutet er für den Aufstiegsprozess? Ein sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit und dafür begrüße ich unsere Partnerin Helga, denn wir werden zusammen darüber sprechen. Liebe Helga, magst du dich vielleicht auch selbst mal vorstellen? Ja, sehr gerne, liebe Monika. Ich bin Helga Safira, ganzheitliche Beratungstherapeutin und bin seit letztes Jahr, April 2020, Partnerin von Monika. Und liebe Monika, ja, das hat bei mir sehr viel bewirkt jetzt dieses Jahr. Also ich habe gespürt, dass ich alle Ausbildungen, die ich bisher jetzt erfahren und machen durfte, jetzt wunderschön integrieren kann. Und auch mit der Energie von Smarana ist es einfach so besonders, also das ist gar nicht in Worte zu fassen. Und es erfüllt mich unendlich, weil ich das Gefühl gehabt habe, so der innere Ruf war bei mir da, mich jetzt zu zeigen und wirklich den Menschen meine Erfahrungen weitergeben möchte. Und ja, da ist natürlich jetzt die Partnerschaft mit dir, ja, für mich wundervoll und ein Segen. Denn, ja, es ist einfach getragen von dieser Smarana-Energie. Und ich denke auch, jeder, der in Berührung kommt, spürt es auch. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Smarana-Energie, ich meine, das ist ja die Energie Gottes. Und das ist genau das, was uns trägt in dieser Zeit, was uns unterstützt. Und die wirkt natürlich in jeder Heilsitzung auch. Hast du mir ja auch schon erzählt, wie schön und wie toll das ist. Und was ich sagen wollte, den Ruf von dir, den habe ich so gespürt. Und ich freue mich so, dass du auch diesem Ruf gefolgt bist. Und es zeigt ja auch deinen Erfolg. Du wirst angenommen und die Menschen haben dich gern. Und du kannst ganz viel Heilenergie auf die Erde bringen, liebe Helga. Ja, und heute haben wir ja das ganz interessante Thema mit dem Lichtkörper. Der Lichtkörper und der Aufstieg, das ist ganz, ganz wichtig. Und das solltet ihr wirklich euch die Zeit auch nehmen, das Video bis zum Ende anzuschauen. Denn es ist für jede persönliche Entwicklung ganz wichtig, da nochmal hinzuschauen und zu gucken, was kann ich jetzt daraus lernen, was ist wichtig für mich und wie hängt das überhaupt alles zusammen. Der Lichtkörper, Helga, magst du da vielleicht mal was drüber sagen? Ja, das hat sich für mich jetzt wirklich auch anhand der Beratungen jetzt immer mehr herauskristallisiert, dass es im Moment wirklich ein zentrales Thema ist. Denn wir sind jetzt wirklich in diesem Umwandlungsprozess, wo die ganze Erde sich verändert und permanent diese Schwingungserhöhung auf uns einwirkt. Die hört ja nicht auf, sondern das geht ja unerführlich weiter. Und unsere Körper müssen natürlich sich anpassen. Ob das jetzt der physische Körper ist, der emotionale, der mentale Körper. Es ist ja eine große Herausforderung für jeden Menschen jetzt, das immer wieder in den Ausgleich zu bringen, um ja wirklich im Ganzen aufsteigen zu können. Wenn dieser Ausgleich nicht geschaffen ist, dann äußert sich das ja in körperlichen Schmerzen, also in Unwohlsein oder Kopfschmerzen. Also alle möglichen Schmerzen deuten darauf hin, dass da Spannungen entstehen zwischen dem Lichtkörper und dem physischen Körper. Und du machst in deinen Anbindungen mit deinen Klienten, was machst du da genau? Schaffst du da irgendwie Erleichterung oder? Ja, also ich habe erkannt, dass wirklich diese Lichtkörpersymptome sehr alt sind. Und unser übergeordneter Lichtkörper hat ein ähnliches Nervensystem wie der physische Körper. Und deswegen kommen auch dann diese Aufstiegssymptome hervor, weil das dann da aufgezeigt wird, schau doch nochmal hin. Du hast in dir noch ganz alte Verletzungen, die schon sehr weit zurückreichen oder unbewusste Programme in dir ablaufen, die diese Schmerzen im Lichtkörper verursachen und du das dann körperlich, physisch spürst. Und ich gehe dann bei einer Heilanwendung zuerst in Verbindung mit den Ahnen. Ja. Und das ist echt enorm, welche Informationen ich da bekomme und welche Freude auch von den Ahnen mir dann entgegengebracht wird, dass wir da hinschauen. Sehr gut. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil dadurch geschieht ja auch eine Heilung in der ganzen Ahnenreihe. Ja. Rückwärts gesehen, aber auch vorwärts gesehen für die zukünftigen Familienmitglieder, sage ich jetzt mal so. Und das ist natürlich eine riesengroße Chance für eine große Heilung. Und gerade jetzt in unserem Aufstiegsprozess, wo wir ja die ganze Erde, alle Menschen drin sind, ist es natürlich wichtig, je mehr geheilt wir sind, umso leichter geht das alles. Es geht ja um die Leichtigkeit. Und das ist genau der Punkt. Du hast jetzt gesprochen von Verletzungen, Helga. Emotionale Verletzungen vielleicht. Magst du da auch nochmal was dazu sagen? Ja, diese emotionalen Verletzungen kommen eigentlich überwiegend daher, dass wir meistens im Kindesalter Gefühle ausgedrückt haben und vom Außen dann, ja, zurückgewiesen wurden. Ja. Ja, was du wieder spürst oder was du wieder hast und so. Und wenn man im Außen als Kind dann wirklich so eingeschränkt wird, in dem Moment, wo man offen das Gefühl zum Ausdruck bringen möchte, dann wird aus diesem Gefühl eine Emotion. Und diese Emotion ist dann einfach auch im Unterbewusstsein abgespeichert, sage ich mal. Also so fühlt es sich für mich an, dass es dann nicht abgibt. Ja, ist. Und dann wieder hinzukommen, wenn ich erwachsen bin, ist natürlich schwierig. Ich kann es zum einen gar nicht mehr richtig zuordnen. Ja. Wo kommt es denn konkret her? Und ja, wie kann ich da ansetzen? Ja. Und da arbeite ich auch mit verdeckten Dynamiken aus dem Familiensystem, die ja wirklich nicht nur aus der Kindheit kommen, sondern oft schon mitgebracht sind von den Harnen. Und dieses Programm läuft unbewusst in uns ab. Und ich glaube, es spielt auch eine Rolle, je nachdem, wie dieses Gefühl, was man so als Kind einfach mal so, man überlegt ja nicht als Kind, das kommt ja einfach so raus. Und je nachdem, wie es dann bewertet wurde, speichert sich das dann als unangenehm oder unangebracht ab oder als gut ab. Und diese negativen Speicherungen sind eben das, was jetzt unseren Lichtkörper noch blockiert, sich richtig auszudehnen. Das ist eine sehr interessante Arbeit. Und du bietest ja auch das als Sitzung an. Und wir haben unter dem Video den Link, dass ihr das dann auch buchen könnt, falls ihr gerne so eine Hilfe möchtet. Helga, ich wollte dich noch fragen, dann die mentalen Blockaden. Was kannst du uns da dazu noch sagen? Ja, die mentalen Blockaden sind oft so versteckte Glaubenssätze. So ein Muster in uns oder auch so Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen. Ja, genau, das ist wichtig. Man glaubt daran, weil man es sich immer wieder denkt. Und dabei ist es vielleicht gar nicht so richtig. Und sich auch immer wieder erzählt. Also ich habe das auch so empfunden, dass wirklich diese alte Geschichte, dieser Anteil in uns sterben muss. Ja. Um es mal krass auszudrücken, aber es ist so. Und ich habe wirklich jetzt von den letzten Beratungen Rückmeldung bekommen, dass das wirklich sich angefühlt hat nach dem Arbeiten wie ein Sterbeprozess in ihnen. Ja, toll. Also dieser Sterbeprozess bedeutet ja ein Neuanfang. Genau. Wenn man es richtig betrachtet. Genau. Und wenn ich dann praktisch zum Schluss, nachdem wir das alles besprochen haben, noch diesen Chakrenausgleich mache und dann auch mit der Energie von Smarana dann das einfließen lasse, dann haben wir jetzt schon zwei bestätigt, dass es sich am Wurzelschakra wirklich angefühlt hat, wie kurz vor der Geburt. Oh, wow. Sehr krass. So starke Schmerzen dann an sich. Also Schmerzen. Also es war nicht nur Schmerzen, sondern ich habe das auch gespürt. Weil ich bin super bunt, ich spüre das dann auch. Und das war so, nein, eigentlich wie so freudige Erwartung. Ah, ich verstehe. Ja, ganz anders, als ich gerade gedacht hatte. Genau. Das ist ja schön. Dass man das Gefühl hat, jetzt kommt es dann auf die Welt. Sehr gut. Ja, das ist wundervoll. Also der Lichtkörper ist ja eigentlich das Abbild von unserem physischen Körper, könnte man sagen, nur auf energetischer Ebene. Und das heißt, alles, was wir jetzt besprochen haben, das emotionale, mentale und die physischen Schmerzen, wenn wir die so weit wie möglich lindern und eben umwandeln können in Liebe und Licht, also heilen können, dann kann sich unser Lichtkörper ausdehnen. Und dann beginnt dieser Aufstiegsprozess, denn er beginnt ja dann auch im mentalen Bereich, wo wir anders denken, wo wir dieses andere Bewusstsein dann bekommen. Magst du vielleicht da was dazu sagen? Oh ja, sehr gerne, weil das mir wirklich so am Herzen liegt und auch so wichtig ist, diese Balance von Yin und Yang, also unser göttlich-weibliches und das göttlich-männliche, wenn das im Ausgleich ist, in der Balance, dann geht das Bewusstsein nach oben auf. Also das spüre ich einfach, dass das dann wirklich, ja, es würde die Türe aufgehen quasi, wenn das im Einklang ist, dann entsteht praktisch, ja, wie so eine Trinität, aus der Polarität die Trinität und dann ist die Anbindung an das Höchste Selbst so deutlich spürbar. Ja, sehr, sehr schön. Und das bringt uns ja dann auch dazu, wirklich in die vierte, also nein, in die fünfte eigentlich, vierte ist vorher, wirklich in der fünften Dimension zu sein. Und das ist ja auch wieder eine Voraussetzung, in der fünften Dimension zu sein, um dann auch Empfänger für die neuen Energien zu sein. Also, dass wir das dann wirklich integrieren können. Denn die Energien sind ja schon da, sie stehen uns ja schon zur Verfügung. Genau, die sind da und man bekommt es aber nur mit, wenn man wirklich in seinem Bewusstsein eben ausgedehnt ist. Und dann kommt ja die nächste Stufe der Heilung sozusagen, weil wir dürfen ja immer weiter wachsen. Und das ist für mich einfach der Punkt, wo ich wirklich meine alten Themen bereinigt habe. Und um nochmal zurückzukommen auf diese versteckten Dynamiken im Familiensystem, wie du schon so schön gesagt hast, wenn wir das auflösen, dann gehen wir das auch nicht mehr an unsere Kinder weiter. Ja. Das ist für mich auch so entscheidend wichtig. Und durch das, dass auch die Ahnen sich so darüber freuen, dass man sich mit ihnen verbindet, weil dadurch ehren wir sie. Genau, das ist sehr wichtig. Ja. Das ist wirklich so wichtig. Und ich liebe es mittlerweile so, wirklich mit den Ahnen zu arbeiten. Das hat sich, ja, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir möchten uns über dich ausdrücken. Und also das ist enorm. Ich spreche dann in einer anderen Sprache und merke einfach, wie ich wirklich meinen Gegenüber dann auch berühre damit, weil der sofort weiß, das ist jetzt der oder der Ahnen und durch dieses Hinschauen, durch dieses Ehren der Ahnen, machen wir sie glücklich. Und dann wandelt sich nämlich diese Ahnenlast, die auch diese Aufstiegssymptome verursacht, verwandeln wir in die Ahnenkraft. Sehr gut. Und diese Kraft, die spüren wir, da wird es am Rücken dann richtig warm und dann, oh, da wird es richtig durchflutet und man hat das Gefühl, man hat jetzt Rückendeckung, da steht jemand hinter dir und, ja, schiebt dich oder stützt dich oder was du dann in dem Moment brauchst. Und das ist unbeschreiblich schön. Ja, das ist schön, wenn man so eine Rückenstärkung fühlt, denn die Ahnen, die haben ja nichts Negatives, die haben ja auch ganz viel Positives. Und das kann dann kommen, das kann dann richtig stark kommen und ich kriege gerade Gänsehaut. Das, ne, du auch. Und genau das ist es doch, dass wir aus unserer eigenen Energie, aus unserer eigenen Familie, diese Unterstützung freimachen können, dass die fließen darf. Und das ist jetzt sozusagen deine Arbeit, die du anbietest. Denn wenn wir das erlösen, erst dann stehen uns ja auch das ganze Potenzial zur Verfügung. Erst dann können wir eigentlich diese Erbschaft unserer Ahnen annehmen. Ja. Es geht vorher gar nicht. Und da gibt es eben diesen Spruch, ohne Wurzeln keine Flügel. So ist es. Das ist ein schöner Spruch, ja. Das war eigentlich alles zusammen, gell? Ja, ja, eben. Sehr gut. Also es ist total, total wichtig, da hinzuschauen. Und ihr Lieben, wenn ihr spürt, dass ihr was in euch tragt, was euch belastet, dann kann es natürlich was von den Ahnen sein, ja, oder aus der Kindheit. Und da sollte man wirklich intensiv einfach mal in die Heilung gehen. Denn je mehr Lichtarbeiter geheilt sind, umso stärker werden wir ja für den Aufstiegsprozess, in dem wir uns befinden. Und je mehr du deine Richtung gehst mit dieser Rückenstärkung, stell dir das mal vor, dann kann im Kollektiv, völlig egal, was da passiert oder gesagt wird, das berührt dich dann gar nicht mehr, weil du weißt, du gehst jetzt deinen Weg. Und das ist ja das Essentielle, deinen Weg wirklich bewusst zu gehen, ohne beeinflusst zu werden. Ja, weil diese Überlagerungen, die wir da so Schicht für Schicht ablösen, um wirklich wieder zu unserem wahren Sein zu kommen, hilft uns dabei, wieder die innere Sonne strahlen zu lassen. Genau, diese Kraft, diese Sonne, das hat ja so eine Kraft. Ich verbinde die Sonne einfach mit dem Herzchakra. Das siehst du auch so, oder? Ja, bei mir ist es mehr eigentlich fast schon der Solarplexus. Okay, oder beides zusammen, ja. Dieses Sonnengeflecht, unsere Körpermitte, das sage ich da meistens dazu, die ist jetzt fließend, strömend, warm. Ja, also ich spüre es jetzt ganz intensiv gerade. Vielleicht ja unsere lieben Zuschauer auch. Würde ich mir wünschen. Ja, bestimmt. Es geht ja darum, dass wir unsere innere Sonne strahlen lassen. Denn je mehr wir strahlen, desto weniger Schatten ist im Umfeld. Ja, das stimmt. Das große Licht der Seele, das mag ja auch strahlen. Und wir tragen ja auch alle diese göttliche Flamme. Und je mehr dann die innere Sonne strahlt, umso mehr leuchtet diese göttliche Flamme. Und das hängt alles mit dem Aufstieg zusammen. Stellt euch vor, es sind wirklich jetzt ganz viele Menschen da, die diese Leuchtkraft tragen, was das ausmacht auf der Erde. Wie schön es dann wird. Und dann kommen wir ja auch raus aus den pessimistischen, belastenden Dingen, die im Kollektiv laufend angeboten werden, sage ich mal. Und so stelle ich mir das vor auch, dass unsere Lichtarbeiter, unsere Menschen dann in die Heilung gehen können und alles, alles unterstützen. So das Bild der neuen Erde. Ja, doch, also ich sehe das auch so. Denn ich spüre auch bei den Beratungen, wenn wir so Themen auflösen, dann ist das für mich immer ein Bild, als wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und der dann Kreise zieht. Das ist auch ein schönes Bild, ja. Ja, genau. Und dann denke ich mir immer, ja, wir haben jetzt nicht nur für das Thema meiner Klientin oder für meinen Klienten gearbeitet. Ich habe da jedes Mal das Gefühl, dass wir das ins Feld geben. Das ist auch so. Ja, weil letztendlich haben wir ja alle die gleichen Themen. Ja. Wir schlagen uns ja schon heftig mit den gleichen Themen rum. Das stimmt. Weil wir haben das halt anders gelagert. Aber wir sind ja alle verbunden. Wir haben alle das Gleiche erfahren, erlebt. Und wenn wir da so arbeiten, dann empfinde ich so, das geht ins Kollektiv. Ja, also mit Feld. Erklär mal, was du mit Feld gemeint hast, dass das alle auch verstehen. Also dieses kollektive Feld. Es gibt ja auch diese kollektive Seele. Und da habe ich einfach, spüre ich so eine Verbindung zu allem, was ist. Und es gibt ja keine Trennung. Das ist ja nur so ein Konstrukt, das uns ja auch irgendwo anerzogen oder eingetrichtert wurde, sage ich mal, um unser Licht zu dimmen, um uns klein zu halten. Das war ja im Prinzip ja auch wieder wichtig, dass wir diese Erfahrungen sammeln. Weil wenn wir von Anfang an schon gewusst hätten, welch großes Licht wir sind, dann hätten wir gesagt, ja gut, dann brauchen wir die Erfahrungen nicht mehr. So ist das. Ja, das geht eben darum zu erkennen. Ja, wir haben die Erfahrungen gesammelt und sind unendlich dankbar dafür, weil diese Erfahrungen haben uns ja praktisch dahin gebracht, wo wir jetzt sind, haben uns zu diesen Diamanten geschliffen, der wir jetzt sind. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Und das dann zu spüren, immer mehr, wer wir wirklich sind, dass dieses physische Sein nur ein sehr kleiner Teil ist, sage ich mal. Und unser höchstes Selbst, unser göttliches Sein, ja viel, viel größer. Und die Herausforderung ist halt jetzt auch noch, dass wir den Verstand mit dem Herzen vereinen. Und das ist eben dieser Ausgleich Yin und Yang, dieses weiblich-männliche. Und ja, wenn wir da auf unserem Weg sind, dann wird so viel bereinigt, dass wir dann wirklich in Leichtigkeit und Freude immer mehr uns erkennen, wer wir wirklich sind. Genau, also diese Schichten, weil das sind ja alles Schichten, die wir ablegen mit jedem Heilprozess, mit jedem Erkennen, mit jeder Bewusstseinserweiterung, ist einfach so, dass die Schichten, wie so bei einer Zwiebel, dass die so nach und nach abgeschält werden und dann das innere Licht sich ausdehnen kann. Das ist so ein wunderschönes Bild. Und man darf jetzt auch ruhig an sich arbeiten. Es gibt ja auch Klienten, die sagen, ich habe schon so viele Heilsitzungen gemacht und ja, ich glaube, es geht nicht voran oder kann es denn sein, dass ich immer noch eine brauche? Und dann sage ich, überleg mal, du lebst vielleicht oder du bist vielleicht jetzt schon hunderttausendmal inkarniert und du hast jetzt vielleicht seit fünf Jahren oder so immer wieder an dir gearbeitet. Meinst du, dass das reicht in Bezug zu so einer großen Anzahl von Inkarnationen? Und wenn man sich das dann so überlegt, dann kann man das verstehen. Dann sagt man, ja, natürlich. Und jede Zwiebelschicht, jede Schicht, die ich ablegen kann, bringt mich immer mehr zum Strahlen, zu dem, was ich wirklich bin. und das ist auch ein Erwachensprozess ja auch dabei. Also Aufstieg hat ja ganz intensiv mit Erwachen zu tun und dieses Erwachen heißt einfach das Erkennen und in die Heilung zu gehen. Und all das kommt durch so eine Beratung auch durch dich zustande. Das ist wie so ein Anschub, nochmal weiterzugehen, um eben zu erkennen, ja, da konnte ich noch was lösen und jetzt geht es mir auch gut. Denn was du alle so beschrieben hast, die ganzen Gefühle mit der Sonne und mit dem Wurzelschakra, das sind ja Zeichen vom Körper und vor allen Dingen von der Seele, weil die Seele spricht ja über den Körper, dass etwas geschehen ist in dir, etwas Großartiges. Und bei der Akasha-Feldreinigung, wenn ich dann wirklich in dieses göttliche Feld der Liebe und Heilung meines Gegenüber praktisch mit der Energie der Engel arbeite, da habe ich auch das Gefühl, also die lassen so eine Spirale dann einfließen, die Engel mit dem Thema, was jetzt noch bereinigt werden möchte. Und das ist für mich wirklich bis zurück zum Ursprung. Ja. So wie du das jetzt beschrieben hast, wir sind schon so oft inkarniert, aber was wir jetzt aufarbeiten, arbeiten wir auf bis zurück zum Ursprung. Ja, das ist ganz wichtig, wirklich wichtig, weil vom Ursprung her sind wir ja rein. Da ist ja alles noch da. Und alles, was sich danach angesammelt hat, hat eben auch unser System verstopft irgendwo. Und das müssen wir jetzt wieder alles ausgraben. Diese Bleigewichte dürfen wir jetzt wieder abgeben. Genau, die dürfen wir einfach in Licht und Liebe auflösen. Das ist gut. Oder ein Bild von einem schweren Rucksack ist auch immer sehr hilfreich, wenn man sich vorstellt, was einem wirklich so auf den Schultern lastet, energetisch. Ja, das ist mehr, als man denkt. Enorm. Und deswegen wundert man sich dann, warum man permanent Rückenschmerzen hat. Aber das ist ja logisch, wenn ich da jeden Tag, weiß weiß ich, gefühlt, wie viel Kilo auf meinem Rücken trage. Unbewusst. Das ist ja das Schlimme dran. Also das erdrückt mich und ich weiß gar nicht genau, was da eigentlich alles drin ist in dem Rucksack. Ja. Da kann ich halt wirklich unterstützen zu ja hinweisen, schauen wir nochmal rein und holen wir das nochmal raus, schaust dir nochmal an. Ja. Und dann ist wirklich die Befreiung und die Erlösung, weil man es dann greifen kann, weil man dann Zugang dazu hat. Und weil das ja auch so schwierig ist, sag ich mal, was wir jetzt im Kindesalter erfahren haben, weil ja ein Kind erst so ab dem siebten Lebensjahr ein rationales Denken entwickelt, kann man sich vorstellen, dass wir bis dahin alles, was wir erfahren haben, ungefiltert in unserem Unterbewusstsein aufgenommen haben. und das ist einiges. Das ist heftig. In dem Rucksack drin. Ja, das ist heftig, wenn man sich das überlegt, weil das Wort, das wichtige Wort dabei war, ungefiltert. Und das ist also wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt und abspeichert. Und ja, aber wir haben ja Gott sei Dank dich. Du kannst dir helfen und du wirst auch geistig geführt und bist ja auch ein Medium. Und von daher freue ich mich so sehr, dass also du Partnerin bist und dass ich dich unterstützen darf und dass da also ein ganz wundervolles Feld mit der Liebe und der Heilung durch dich entstehen darf. Ich danke dir. Liebe Helga, dann danke ich dir sehr für das Interview mit dir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für die Zukunft. Und wer von euch Partner werden möchte, kann auch nochmal unten lesen und könnt euch bewerben. Ja, und ich freue mich auf alles, Helga, was du noch machen wirst. Denn ich weiß, dass es von Smarana getragen ist. Vielleicht magst du noch einen Abschlusssatz sagen, irgendwas, was dir noch am Herzen liegt für unsere lieben Zuschauer. Also am Herzen liegt mir wirklich, ja, meine Fähigkeiten weiterzugeben. Denn für mich ist das auch die neue Energie. Das Neue, was auf uns zukommt, wird so sein, dass jeder von uns ja, seine Gaben und Fähigkeiten durch dieses Ablösen von dem Alten wieder, ja, zum Vorschein holt, Zugang dazu hat, zu seinem inneren Wissen, weil wir tragen alles in uns. Und dann wird es in der Zukunft, so stelle ich mir das vor, wirklich so sein, dass wir uns gegenseitig mit unseren Gaben stärken, nähren, heilen. und das ist für mich ja wie das Paradies dann auf Erden, sage ich mal, wenn wir uns so austauschen, weil dann sind wir alle im Herzen verbunden. Nicht mehr im Verstand oder auf Verstandesebene, sondern auf Herzensebene. Das ist jetzt der schöne Schlusssatz. Dann sind wir alle auf Herzensebene verbunden. Das nehme ich jetzt einfach als Gruß für euch. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.